Sie hören »Im Grab schaust du nach oben« von Jörg Maurer, gelesen vom Autor. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Die harten Fakten Jäger, Soldaten, Mörder, Metzger und Auftragskiller reden vom weitgerechten, finalen oder terminalen Schuss, der die Eigenschaften der Schnelligkeit, Endgültigkeit und Schmerzlosigkeit in sich vereinigen soll. Schon Diana, die altrömische Göttin der Jagd, hatte den Wahlspruch »Rapidus, Subitus, Melitus« auf ihren Bogen geschnitzt, schnell, unerwartet und honigsüß soll das Wild niedersinken. Eine alte Streitfrage ist allerdings, ob dabei der Kopf oder der Blattschuss anzuwenden ist, um alle drei Effekte auch sicher zu gewährleisten. Die Romantischeren unter den Schützen, die Soldaten und Jäger, zielen aufs Herz. Die anderen auf die Schläfe, genau zwischen Schläfenbein und Ohr. Hierbei wird die Oberkieferarterie zerfetzt, die sich unter dem Schläfenbein verbirgt. Das führt zur augenblicklichen Bewusstlosigkeit. Der Tod tritt Sekundenbruchteile später ein. Wer daran interessiert ist, dass sein Opfer rasch, lautlos und gestisch unauffällig zu Boden sinkt, weiß das. Das Spurensicherer-Team, das beim G7-Gipfel um die Leiche des Opfers versammelt war, hatte deshalb überhaupt keinen Zweifel, dass die Tat nicht von einem spontanen Aktionisten aus dem Schwarzen Block, sondern von einem zielsicheren, gut ausgebildeten Heckenschützen begangen worden war. Gerade bei einer solchen politischen Großveranstaltung und den damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen war das der größte anzunehmende Unfall. Wie hatte das nur geschehen können? Beim jährlich stattfindenden G7-Gipfel treffen sich bekanntlich die mächtigsten Staatenlenker der Welt. An einem sonnigen, aber gewitterträchtigen Juni-Wochenende war es wieder einmal soweit gewesen, auf Schloss El Mau, einem abgehobenen Luxury-Spa-Hotel, nicht weit oberhalb des Werdenfelser Landes. Abgesehen von einigen regierungsnahen Organen hatte auch diese Veranstaltung keine gute Presse und einen noch schlechteren Ruf in der Öffentlichkeit. Das Treffen sei ein nicht mehr zeitgemäßes Ritual ohne konkrete Ergebnisse, blinder Hochaktionismus, eine überteuerte Machtdemonstration von Polizei und Politik, eine gewaltige Verschwendung von Steuergeldern. Derartige Pauschalurteile sind schon deshalb zu kurz gegriffen, weil es durchaus Personenkreise gibt, die aus solchen Veranstaltungen großen Nutzen ziehen können. Viele Menschen hatten gerade wegen der massiven Zusammenballung von Ordnungskräften Gelegenheit, alte Rechnungen zu begleichen und neue Konzepte außerhalb der Legalität auszuprobieren. In diesem Hörbuch wird ein besonders perfider Plan geschildert, der im Schatten des großen Gipfels gereift und im Auge des polizeilichen Orkans gediehen ist. Erster Teil Die Wut Montag, 8. Juni Bei meiner Beerdigung wünsche ich mir auf dem Weg zum Grab den altbewährten Trauermarsch, auf dem Rückweg aber das Lied Purple Rain vom Prinz. Das örtliche Blasorchester soll beide Stücke schön langsam und geschmackig spielen, nicht zu krachert. Immer trifft es die Besten. Gerade mal Anfang 40 war er geworden, der Hansi. Sein Sarg glitt durch die verwinkelten Kieswege des Friedhofs, und die zwölfköpfige Gruftkombo blies den Trauermarsch im gewünschten Tempo, schön langsam und geschmackig, nicht zu krachert. Gerade schwang sich die erste Klarinette zu einem Triller auf, der nach vogelgezwitscher und süßem Sommerlärm, fast nach Freibad und Erdbeereis klang. Das Messing der blankgewienerten Posaunenzüge blinkte verwegen fröhlich im Sonnenschein, die Musiker schnitten das angestrengt grimmige Gesicht, das Bläser immer zeigen, wenn sie versuchen, besonders seelenvoll zu spielen. Dirk hatte heute Dienst als zweiter Trompeter. Er setzte sein Instrument kurz ab und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Vermalledeiter Job. Verdammte Plackerei. Bis sechs Uhr früh hatte er in einem Salsa-Club die Background-Trompete geblasen. Die halbe Karibik hing ihm noch in den Ohren. Hätte einer von den Beerdigungsgästen genauer hingehört... ... Dirk von Feier ... ... ...